Zuerst ein herzliches Grüezi aus der Schweiz. Heilige Dienstmädchen oder Drachen. Das Image von Pflegefachfrauen in Krankenhausseelen. Ich freue mich, Ihnen meine Masterthesis vorstellen zu dürfen und der Frage nachzugehen, welche Effekte Krankenhausserien haben können. Seit 1976 wird die Wirkung von Medien auf Mediennutzende untersucht. Neuere Untersuchungen prägten den Begriff CSI-Effekt, welcher auf die Krimiserie Crime Scene Investigation oder kurz CSI zurückgeführt wird. Weil das Team dort mittels DNA-Untersuchung jedes Verbrechen aufklären kann, verlangen in der medienexternen Welt Geschworene in einer Gerichtsverhandlung immer DNA-Beweise und vernachlässigen Augensäugenberichte. Als positiver Aspekt ist eine signifikante Zunahme an interessierten junger Menschen für das Berufsbild der Pathologie zu verzeichnen. Der CSI-Effekt hat somit positive und negative Aspekte. Verschiedene Autoren und Autorinnen gehen deshalb davon aus, dass auch Krankenhausserien die Vorstellung von Mediennutzenden prägen. Deshalb ist es wichtig, sich Krankenhausserien und mögliche Effekte genauer anzuschauen. Es stellt sich grundsätzlich die Frage, welche Menschen schauen Krankenhausserien und welcher Nutzen kann daraus gezogen werden. Krankenhausserien ermöglichen Einblicke, zum Beispiel in den Operationssaal, wo man normalerweise nicht hineinsehen kann. Mediennutzende können so in die Rolle von todkranken Menschen schlüpfen und Krankheit und Tod aus sicherer Entfernung erleben. Dazu kommt, dass das fiktive Krankenhauspersonal so dargestellt wird, wie wir es uns immer wünschen. Verständnisvolle Ärzte und aufmerksame Schwestern, welche Zeit für uns haben. Man weiss, dass Milliarden Menschen weltweit Krankenhausserien schauen, wozu auch 80% der Studierenden von Pflege und Medizin gehören. Welche Effekte hat das nun im Gesundheitswesen? Wie nun Pflegefachpersonen dargestellt werden, kann dazu führen, dass der Pflegeberuf weiterhin als Frauenberuf und als weniger spannend als der Arztberuf wahrgenommen wird, mit der möglichen Konsequenz, dass andere Berufe gewählt werden und der Personalmangel verstärkt wird. Effekte auf politischer Ebene. Man weiss, Krankenhausserien generieren ein Halbwissen über Pflegeberufe, was politische Diskussionen und Abstimmungen negativ beeinflussen kann. Wie werden denn Pflegefachfrauen in Krankenhausserien dargestellt? Kalisch und Kalisch identifizierten unter anderem folgende Stereotype. Zuerst einmal der Engel, das ist eine sich selbst aufopfernde Pflegefachfrau, welche zu Gotteslohn arbeitet. Dann haben wir das Girl Friday. Dort ist der Pflegeberuf temporär und dient nur dazu, einen Arzt oder reichen Patienten heiraten zu können. Die häufigste Tätigkeit des Girl Fridays ist das Telefon bedienen. Dann haben wir das Stereotyp des Dienstmädchens. Diese Pflegefachfrauen werden als weniger klug als der Arztdienst dargestellt und ihre häufigste Tätigkeit sind Dienstbodengänge. Dann haben wir das Stereotyp der unsichtbaren Pflegefachpersonen hier in der Krankenhausserie Dr. Haus. Die Ärzte und Ärztinnen dort führen sämtliche Tätigkeiten von Pflegefachpersonen durch die Blutentnahme oder Sitzwache. Die Pflegefachmänner selber werden am meisten häufigsten als schwul bezeichnet. Dann haben wir das Stereotyp des Sexobjektes. Dort werden Pflegefachfrauen in enger, kurzer Kleidung dargestellt, häufig in einem Miniship und sind gemäss dem fiktiven Arztdienst nur für das Bett geeignet. Wohlgemerkt nicht am Bett, sondern im Bett. Und zuletzt die Naughty Nurse oder unanständige Krankenschwester, welche in aufreizender Uniform in Werbespots dargestellt wird. Kommen wir zur Forschungslücke. Die auf der vorherigen Folie dargestellten Images wurden in englischsprachigen Filmen und Krankenhausserien untersucht, jedoch nicht in deutschsprachigen Serien und auch nicht systematisch in neueren Krankenhausserien. Deshalb lauten meine Forschungsfragen wie folgt. Wie werden Pflegefachfrauen und mit diesen interagierenden Pflegefachpersonen in ausgewählten Krankenhausserien dargestellt? Und welche Images vermitteln die dargestellten Pflegefachpersonen? Interagierende Pflegefachpersonen sind für mich andere Pflegefachfrauen, Pflegefachmänner, Auszubildende und die Pflegedienstleitungen. Im Fokus meiner Untersuchung steht das Fachwissen und fachliche Handeln der untersuchten Pflegefachpersonen. Von den 59 gelisteten Serien habe ich drei Serien eingeschlossen, da sie im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurden und Pflegefachfrauen eine zentrale Rolle hatten, das heisst eine Hauptrolle. Bei den eingeschlossenen Serien handelte es sich um Für alle Fälle Stefanie, Nurse Jackie und Vettys Diagnose. Gemäss Rossmann werden die Serienfiguren in den ersten Episoden vorgestellt, deshalb wählte ich die erste Staffel und davon jeweils die ersten vier Episoden. Als Methode habe ich die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse nach QCATS gewählt, weil das Kategorien System sowohl durch deduktive als auch induktive Inhalte gebildet wird. Die Hauptkategorien wurden deduktiv mit bestehenden Aspekten aus der Literatur gebildet, beispielsweise die Kategorie Interventionen. Die Subkategorien dazu wurden einerseits deduktiv gebildet, hier zum Beispiel Pflegefachfrauen telefonieren im Gesundheitswesen und induktiv, hier zum Beispiel die Kategorie Ausscheidung, wenn in einer Sequenz die Pflegefachfrau mit der Lebensaktivität Ausscheidung gezeigt wurde. In der Hauptkategorie gibt es noch diese Kategorie Irritation. Das ist eine Besonderheit von QCATS und er sagt dazu, das ist eine Sammelkategorie für das Unerwartete. In dieser Kategorie kodierte ich Beobachtungen mit dem Titel Ist das Aufgabe der Pflege? Beispielsweise hütet Stefanie in einer Sequenz die Kinder einer Besucherin auf Station. Die Ausdifferenzierung erfolgte laufend, da aufgrund der verschiedenen Serienfiguren und gleichzeitigen Aktivitäten jede Sequenz mehrfach gesichtet wurde. Insgesamt hatte ich 16 Pflegefachpersonen analysiert. Mittels einer Datenmatrix konnte ich eine serienfigurbezogene Auswertung erstellen und ableiten, welche Interventionen welche Pflegefachperson am häufigsten zeigt. Die Datenmatrix ermöglichte mir auch eine thematische Zusammenfassung, zum Beispiel mit welchen Ausprägungen zeigt sich eine Berufsgruppe, also hier die Auszubildenden, die Pflegefachmänner und die Pflegedienstleistungen. Ich werde Ihnen nun die Ergebnisse zu Stefanie, Jackie und Betty vorstellen. Stefanie wird stereotypisch als Engel porträtiert. Sie engagiert sich für ihre Patientinnen und Patienten, entgegen sogar der Weisung ihrer Pflegedienstleitung und des ärztlichen Dienstes. Sie macht Hausbesuche in ihrer Freizeit und riskiert sogar ihre Kündigung, weil sie den letzten Willen einer Patientin erfüllt. Hingegen ihr Fachwissen ist fraglich bis nicht vorhanden. So beatmet sie einen Patienten während der Herzdruckmassage. Jackie wird mit verschiedenen Stereotypen porträtiert. Sie wird als Süchtige porträtiert, hier beim Medikamentenabusus, und als Pflegefachperson, welche während der Arbeitszeit Sex mit dem Apotheker hat. Insgesamt zeigt sie ein fundiertes Fachwissen, was sie gegenüber dem ärztlichen Dienst auch vertritt. Und sie hat einen forscht-sarkastischen Umgangston. Im Zitat sozialisiert sie die lernende Zoe bezüglich ihrer Formulierungen. Diesen forschen Umgangston pflegt sie auch gegenüber Ärzten, Vorgesetzten und den hospitalisierten Personen. Betty wird mit dem Stereotypen Engel und Pflege als Beruf porträtiert. Sie hat fundiertes Fachwissen und ist stolz auf den Pflegeberuf. Dies vermittelt sie auch ihrer Pflegeschülerin Talula. Im Gespräch mit ihr zeigt sie aktives Zuhören und Motivational Interviewing. Insgesamt zeigt sich bei ihr ein forscht-sarkastischer Umgangston. Wie auch in diesem Gespräch mit Dr. Behring. Ebenfalls in diesem Gespräch zeigt sich, dass in Krankenhausserien Pflegedefinitionen vermittelt werden. Wie hier zum Beispiel, Ärzte tragen die Verantwortung, Schwestern halten Händchen. Zusammengefasst möchte ich folgende CSI-Effekte zur Diskussion stellen. Erstens, die von Kalisch und Kalisch identifizierten Stereotype werden weiterhin von der Filmbranche verwendet. In den untersuchten Serien ist neu der Typ Süchtige dazugekommen. Hier bei Jackie. Positive Stereotype wie zum Beispiel eine Pflegefachfrau mit Master- oder gar Doktortitel gibt es nicht. Zweitens, Pflegefachfrauen werden weiterhin geschlechtsstereotypisch als Mütter, Geliebte oder objektmännliche Begierde dargestellt. Hier am Beispiel von Elke und Dr. Tenschott. Drittens, im Kontext der Schweizerischen Pflegeinitiative ist positiv zu bewerten, dass der Pflegeberuf mit Fachwissen bei Jackie und Betty dargestellt wird. Aber es gibt noch keinen Grund zur Freude. Denn es ist Vorsicht geboten, wenn der Pflegeberuf mit mangelhaftem Fachwissen, zum Beispiel bei Reanimationen oder Lücken im Tätigkeitsspektrum, hier als Dienstmädchen mit Dienstbodengängen oder auf der Visite als Kardexhalterin porträtiert wird. Daraus kann ein verzerrtes Bild entstehen, welches sich die politischen Gegner der oben genannten Pflegeinitiative als negativen Effekt zunutze machen könnten. Es könnte nämlich die kritische Frage aufkommen, warum es für Botengänge an den Kiosk ein Pflegestudium braucht. Ein kritischer Blick muss auch auf die ersten drei Punkte geworfen werden. Erstens. Wenn so viele Studierende Krankenhausserien schauen, könnte der forsche und sarkastische Umgangston als Wirklichkeit verstanden und unreflektiert im beruflichen Alltag verwendet werden. Zweitens. Problematisch an den unethischen Entscheidungen von Stephanie, Jackie und Betty ist, dass Mediennutzende deren Handlungen als Bestandteil des medienexternen Pflegeberufes wahrnehmen könnten, es beispielsweise üblich ist, dass Pflegefachpersonen Organspenderausweise fälschen. Die Schwierigkeit, zwischen Fiktion und medienexterner Realität unterscheiden zu können, wurde bereits in verschiedenen Studien nachgewiesen. Drittens. Die Wirkung der vermittelten Pflegedefinitionen hängt davon ab, welche Serienfigur diese kommuniziert und ob sich die Mediennutzenden mit dieser Person identifizieren können. Ist es der allwissende Serienarzt, die engelhafte Pflegefachfrau oder die forsch-sarkastische Pflegefachfrau? Zum letzten Punkt. Positiv ist die Vermittlung des Berufsstolzes und dass der Pflegeberuf auf gleicher Augenhöhe wie die Polizei oder der Arztdienst verstanden wird. Abschließend möchte ich mit Ihnen anschauen, wie Krankenhausserien von uns genutzt werden können. Erstens zur Rekrutierung. Krankenhausserien sind als moderne Medien Bestandteil der Lebenswelt junger Menschen und von Studierenden. Dies zeigt sich einerseits darin, dass Krankenhausserien zur Berufswahl Pflege motivieren können. Warum nicht eine geeignete Sequenz auf die Webseite der Ausbildungsinstitution stellen? Zweitens im Unterricht. Krankenhausserien können vielfältig zur Besprechung von ethischen und kommunikativen Aspekten als auch Professionalität und Fachwissen verwendet werden. Ebenfalls eine Diskussion im Unterricht und in berufspolitischen Gremien wäre der heimliche Lehrplan von Krankenhausserien, wie zum Beispiel die Unsichtbarkeit von Pflegefachpersonen. Und zuletzt für Werbezwecke. In Amerika stehen, wie einer staatlich finanzierten Plattform, Wissenschaftler und Fachpersonen gratis zur Beratung von Filmen und Krankenhausserien zur Verfügung. Im Gegenzug werden Abspann der Serie Webseiten der Fachorganisation und Institutionen eingeblendet. In Europa gibt es das noch nicht. Stellt sich die Frage, worauf warten wir? Bieten wir unsere Fachexpertise an für qualitativ bessere Krankenhausserien und nutzen die Gratiswerbung? Ich bin mir sicher, die nächste Krankenhausserie schauen Sie mit anderen Augen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.